Des einen freut, des anderen leid. Während die Schneemassen in der Stadt für viele Behinderungen sorgen, sind die Kinder natürlich hoch erfreut über die weiße Pracht. Das konnten wir vor allem am Kellerberg beobachten, der zum Rodelparadies für die Schwächer der Kids wurde. Die sind ja heute der perfekte Skilift, sowohl für ihre Tochter wie auch für ihren Sohn. Macht Ihnen was? Wie man sieht, sind wir die Einzigen mit Ski heute. Und der Papa ist ein passender Skilift heute für die ersten Versuche vom Junior. Sehr sportlich. Aber die ersten Versuche beim Junior? Er hat es ja damals schon gemacht am Semmering, aber es ist heute das zweite, dritte Mal, mehr ist es noch nicht. Toll, da vorne schon ohne Steck. Zweiter Marcel Hirscher vielleicht. Dem Opa macht es auch Spaß heute auf der Rodel? Ja, natürlich macht es Spaß. Ich meine, wenn wir solche fleißige Enkelkinder haben, die schon so früh auf der Piste gehen, kann es ja nur Spaß machen. Also der Schnee ist genau richtig gekommen. Ja, super. Also endlich einmal der Schnee wieder am Kellerberg, weil eigentlich es hat schon Jahre gegeben, wo überhaupt nichts war. Aber jetzt ist genug da. Und jetzt ist es schon flach getreten, sodass man auch ordentlich rutschen kann. Richtige Piste geworden. Ja, super. Und man sieht dann die Autos, die da parken. Da kommen wir von Weid, von Wien, von Bruck an der Leiter, von Thulen und so weiter. Alles nach Schwichert. Bis zum nächsten Mal.